Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie heute willkommen zu der dritten Ausgabe unserer Reihe auf dem Weg zum Green New Deal Potsdam ohne Plastik, einer gemeinsamen Initiative des Europazentrum Potsdam und der Potsdamer Bürgerstiftung. Unser Thema heute lautet, wie machen es die anderen? Wir schauen heute weit über unseren kommunalen Gartenzaun. Dazu habe ich mir hochinteressante Gäste eingeladen, wie Sie sehen werden. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stephanie Schuster. Das Europazentrum Potsdam ist Teil der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft und das betone ich deshalb, weil unser Blick heute so weit hinausgehen wird. Bis nach Sansibar, ich verrate es schon mal. Denn natürlich sind alle Umweltschutz- und Klimafragen ohnehin buchstäblich grenzenlos. Wir haben nur ein Klima und jedem ist gleich klar, ein Wind, der hier sein Gift aufnimmt oder seinen Staub, führt es mit sich und wir fangen das nie wieder ein und abgeregnet, wird es abgelassen, wird es irgendwo wahrscheinlich nicht innerhalb unserer Landesgrenzen. Und da will auch der Green New Deal der Europäischen Union ansetzen. Die Wirtschaft in Europa soll nachhaltiger werden, ressourcenschonender arbeiten und niemand zurückgelassen. Unser europäisches Ziel ist es, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Doch natürlich, der Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür, kann aber dort nicht enden und darum gibt es Klimapartnerschaften. Auch Potsdam hat einige und über Sansibar wollen wir heute reden. Dazu habe ich meine Gäste eingeladen und nun möchte ich sie Ihnen vorstellen. Ganz außen sitzt Kilian Kindlberger. Er ist seit 2002 Hauptgeschäftsführer der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft und er hat so viele Funktionen und Distributionsgebiete, dass ich quasi jetzt eine halbe Stunde lang vorlesen könnte. Das möchte ich gar nicht tun. Herr Kindlberger, wie schön, dass Sie da sind. Guten Abend, herzlich willkommen. Danke, schönen guten Abend. Zu meiner Linken sitzt Maria Sibbela Hesse. Sie ist Lehrerin an der Waldorfschule in Potsdam und hat bereits weitgehende Erfahrungen gemacht mit Sansibar und damit, wie man Schülerinnen und Schüler für ein Umweltthema nachhaltig interessiert und da buchstäblich über die eigenen Grenzen hinausblickt. Guten Abend, Frau Hesse. Guten Abend. Zu meiner Rechten sitzt Uwe Prüfer. Guten Abend, Herr Prüfer. Guten Abend, ich freue mich, in dieser Runde zu sein. Herr Prüfer ist Vorsitzender einer Gesellschaft, die einen so sperrigen Titel hat, dass man staunen muss, ist Sprecher des Verbundes entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburg, Fanrop e.V. Und von dort aus berät und qualifiziert er, ich fasse jetzt mal alle Funktionen zusammen, Akteure und ganze Netzwerke in Sachen Klimaentwicklungspolitik. Denn Herr Prüfer ist Afrikanist. Hallo, Herr Prüfer. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, in dieser Runde zu sein und ja, ich entschuldige mich für diesen sperrigen Namen unseres Netzwerkes. Also hinter diesem Verein verbirgt sich das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk in Brandenburg. Solche Netzwerke gibt es in allen Bundesländern und ich bin sehr froh, für das in Brandenburg zu arbeiten. Vielen Dank. Und Sie machen eine weit umfassende Arbeit und ich möchte Sie gleich bitten, in das Thema einzuführen, denn Klimapartnerschaften, wie Potsdam eine unterhält, zu Sansibar, sind natürlich ein ganz besonders weiter und ein ganz besonders fremder Ansatz. Denn wie sieht eine Partnerschaft aus? Müsste man auf die Straße gehen und jemanden fragen? Ich denke, wir würden mit den Achsel zucken. Wie sieht also eine solche Klimapartnerschaft aus? Mikro. Ja, das ist natürlich wirklich ein weites Feld. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das für die Menschen so sehr fremd wäre, weil Klima ist ja etwas, was uns alle angeht. Ja, also wir schimpfen zwar mal über das Wetter, so, aber Klima, wie Sie auch in der Anmoderation zurecht gesagt haben, wir haben nur das eine Klima. So und ich glaube, viele Menschen haben inzwischen verstanden, gerade durch die Diskussion dazu in den letzten 20 Jahren, dass hier Handlungsbedarf ist. Und die Klimapartnerschaften sind also eine Möglichkeit, etwas zu tun, dass wir also diesen Klimawandel zumindest den menschengemachten reduzieren können und in erträglichen Grenzen halten. Und da kommen die Städte und Gemeinden, die Kommunen, wie man auch sagt, ins Spiel. Denn nicht nur, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Menschheit in Städten lebt. Sie leben auch in einer Art und Weise, die weniger ökologisch ist, also auch im Ausstoß von CO2 zum Beispiel. Also man schätzt, dass so ungefähr 80 Prozent des CO2-Ausstoßes in den Städten passieren. Und also das städtische Leben brauchen wir uns auch nur in Potsdamer umgucken. Da passiert natürlich viel, was dann letztlich auch das Klima beeinflusst. Öffentlicher Verkehr, Wärmedämmung ist so ein Beispiel, aber das endet nicht dort. Und insofern, da die Städte und Gemeinden hier auch einen Ansatzpunkt haben, zu steuern, etwas zu tun, gibt es diese Idee der Klimapartnerschaften, die also versucht, das, was hierzulande, also in diesem Beispiel in Potsdam passiert, eben auch mit dem zu koppeln, was dann die Partnerstädte, in dem Fall Sansibar Stadt, verbindet auch. Denn es ist ja zum Beispiel sehr häufig so, dass diese Probleme doch relativ ähnlich sind. Und also lohnt es sich, über Lösungsansätze gemeinsam auch zu beraten, also die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, auch Fachleute in beiden Städten, dass die in den Austausch kommen, wo kann man also zum Beispiel den CO2-Ausstoß weiter reduzieren, aber auch, wo kann man den Folgen, die der Klimawandel hat, das ist im Sansibar vor allen Dingen der Anstieg des Meeresspiegels, wie kann man dem begegnen? Also da ist auf der kommunalen Ebene einfach sehr viel Fachwissen da, was man damit nutzen will. Und das ist inzwischen auch weltweit ein ziemlich ausgebautes System, diese Klimapartnerschaften. Und wie das mit Potsdam und Sansibar funktioniert, kann Herr Kindlberger noch mal erklären. Also wir beide sind damals eingestiegen, als die Möglichkeit bestand, in unseren Bemühungen, also Potsdam endlich mal zu einer Partnerschaft mit einem Land, in der man früher sagte Dritten Welt, also Entwicklungsland dann zu bewegen. Das gab es bis dahin eben noch nicht, dass man dann halt einen konkreten Ansatzpunkt fand in der Klimapartnerschaft. Und das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Herr Kindlberger, bevor ich Sie bitte, mal zu erzählen, wie es denn überhaupt zu der Klimapartnerschaft Potsdam-Sansibar gekommen ist, wüsste ich gerne noch von Herrn Prüfer, wenn Sie sagen, die Probleme, die wir haben, sind dieselben. Und Sie müssen auch ähnlich angegangen werden, so möchte ich mal kurz anmerken. Die Ausgangslage ist es ja nicht. Denn die Ausgangslage in Sansibar, beispielsweise um ein Müllsystem zu implementieren, das es dort ja noch gar nicht gibt, ist ja unfassbar weit von europäischen Standards entfernt. Ja, natürlich verbergen sich dahinter eine Menge von Einzelproblemen. Was ich meinte, ist, dass dieses Gesamtproblem, dass wir nur ein Klima haben und damit eben klarkommen müssen, dass es also in der Welt an vielen Orten, in vielen Städten natürlich in unterschiedlicher Art und Weise auch auftaucht. Und auch die Handlungsherausforderungen und die Möglichkeiten natürlich sehr unterschiedlich sind. Also gar keine Frage. Aber was halt eben auch wirklich dieser vereinende Gedanke ist, und das zeigt sich bei diesen Klimapartnerschaften wirklich weltweit, ist, dass sich ein Verantwortungsgefühl bei den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen, also es sind ja eher mehr die Entscheidungsträger zurzeit noch, herausgebildet hat, etwas zu tun und also sich in einer globalen Verantwortung zu sehen. Dass dann natürlich Lösungsansätze also durchaus verschieden sind, also natürlich, versteht sich von selbst. Also Potsdam hat natürlich da auch mit dem, unter anderem als Wissenschaftsstandort, wir haben das berühmte PIK hier oder andere Einrichtungen, haben wir natürlich schon mal auch zum Beispiel andere Beratungsmöglichkeiten, ja. Oder von dem ganzen Infrastrukturstandard, der in Städten wie Potsdam also da ist, ist das natürlich unterschiedlich auch zu Städten in anderen Regionen der Welt. Eine wichtige Frage nochmal ist allerdings auch, also dieser Gerechtigkeitsaspekt, weil die meisten Emissionen, also die zu dem Klimawandel auch führen, CO2-Emissionen, aber auch andere, die passieren natürlich nicht sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent, ja. Das sind, also sind wir als sogenannter entwickelter Norden, Europa, USA und so weiter, auch die Megacities in Asien, die den Großteil der Probleme verursachen, der Klimaprobleme, mit denen andere Regionen der Welt am meisten zu tun haben, ja. Wir können uns da nochmal anders sozusagen vorbereiten, anders aufstellen. Das können viele dieser Kommunen in den, ich sag jetzt mal, ärmeren Regionen dieser Welt nicht, denen fehlen die Ressourcen. Und ich finde, das ist auch eine moralisch-ethische Verantwortung sozusagen, sich in so einen Klimapartnerschaften gemeinsame Lösungswege zu suchen, partnerschaftlich. Und dann aber auch das, was aus dem Norden an Know-how, an Technologie, auch an Finanzen hineingegeben werden kann, dass das von uns sozusagen auch in unserem Verantwortungsbereich liegt. Ich will aber gleich sagen, das sind auch gegenseitige Lernprozesse. Das ist keine Einbahnstraße. Wie das so mit Potsdam und Sansibar funktioniert, wie gesagt, könnte Herr Kindlberger einige, glaube ich, sehr schöne Beispiele auch nennen. Herr Kindlberger, nennen Sie ein paar Beispiele und sagen Sie zuerst, wie es zu der Klimapartnerschaft Potsdam-Sansibar kam. Ja, fangen wir erst mal mit dem an. Wie ist es dazu gekommen? Es ist in Kürze gar nicht so einfach, alles zu erzählen, weil es ganz spannende Prozesse waren. Die Klimapartnerschaft ist ja nur ein Teil der Städtepartnerschaft. Der Ausgangspunkt war schon 2006, nicht weit von hier, auf dem Bassengplatz, eine Talkrunde, eine Ausstellung mit Politikern aus der Stadt, wo wir genau, was Uwe gesagt hat, dieses Thema angesprochen haben. Potsdam bräuchte auch eine Partnerstadt im globalen Süden und nicht nur in Europa und in den USA. Und alle haben gesagt, macht mal, ist eine gute Idee, habt ihr recht. Und dann haben wir uns mit anderen Vereinen hingesetzt und haben gesagt, welche Stadt soll es denn werden? Die Welt ist ja doch größer. Und letztlich war neben einer Reihe von anderen Aspekten auch ganz wichtig, dass es mit Sansibar schon durch andere Vereine Projektpartnerschaften gab, also Ansprechpartner vor Ort da waren, dass es schon Erfahrungswerte gab, Kontakte gab. Und dass Sansibar auch irgendwie ganz gut zu Potsdam passt in vielen Dingen. Und natürlich auch, das darf man ja auch mal sagen, da wird natürlich auch was Nettes vorschlagen, also wo auch jeder sagt, aha, Sansibar, und nicht jeder fragt, was denn das für eine Stadt. Ja, das darf auch sein. Und wir haben dann, wie gesagt, 2006 die Initiative mit mehreren Vereinen gestartet, daraus eine Städtepartnerschaft zu machen. Und eine Komponente ist die Klimapartnerschaft, die entstand tatsächlich aus einem EU-Projekt, wenn man das mal ganz korrekt sagt, wenn man mal auf die Nachhaltigkeit von Projekten guckt. Dabei ging es nämlich erst mal um Europa. Und wir als BWAG haben schon seit einigen Jahren vorher inhaltliche Konferenzen gemacht mit unseren Partnerstädten. Und da war eben das Thema Klima. Und dann war in der Vorbereitungsgruppe dann schon die Meinung, das war 2010, das ist schon eine Weile her, war dann die Meinung, naja, dann sollten wir doch auch aus Sansibar jemanden mit dazu einladen. Das ist ja gerade beim Thema Klima eben, wie Uwe das schon gesagt hat, mit der globalen Vernetzung ganz passend. Dann sind wir in Sansibar in die Stadtverwaltung gegangen, haben vorher gefragt, wer ist denn da ein Ansprechpartner, haben einen Kollegen getroffen, mit dem wir bis heute gut zusammenarbeiten im See Roma. Und dann haben wir gesagt, okay, es gab eine Förderung aus der Bundesstiftung, glaube ich, noch dazu, extra der Reisekosten, das ist ja immer so ein Problem. Komm mal her, erzähl uns mal was über, was sind eure Klimaprobleme. So, und das hat er gemacht und das hat allen gefallen, vor allem auch der Stadtverwaltung Potsdam. Und dann kam irgendwie noch ein halbes Jahr später ein Förderprogramm, kommunale Klimapartnerschaften, das muss ja auch passen, das muss ja, also es kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Und dann hat die Stadtverwaltung entschieden, das zu tun, also die Abteilung oder Bereich Klima, Geschäftsstelle Klimaschutz, so, dass wir das auch richtig formulieren. Und es gab da mehrere Austausche, auch mit Kollegen dann hingefahren, die sich alles mal angeguckt haben. Und da war im Übrigen schon von vornherein, eine der ersten Thematiken war Müll. Eine andere Thematik war auch, was jetzt Potsdam nicht so betrifft, Küstenschutz, weil natürlich Sansibar liegt im Ozean und da muss man ja auch darauf achten, dass man sozusagen seine Küsten nicht noch verliert. Und da ist man dann mit denen nach Rostock gefahren. Also das muss ja nicht immer alles in Potsdam gelöst werden. Ich habe dir nochmal Küstenschutz in Rostock und an der Ostseeküste gezeigt und sich da mit Experten unterhalten. Und ja, und dazu ist es da gekommen. Und 2014 ist die Klimapartnerschaft unterzeichnet worden in Sansibar und 2017 dann die Städtepartnerschaft, die ja noch aus einer Reihe anderer Aspekten besteht. Und wobei man sicherlich sagen muss, dass die positiven Erfahrungen aus der Klimapartnerschaft auch die Städtepartnerschaft dann mit begünstigt haben. Was heißt überhaupt Partnerschaft, Klimapartnerschaft, Städtepartnerschaft? Was macht man da? Was lernt man voneinander? Das ist immer so die erste Frage. Was haben wir denn davon? Ja, dann kriegen wir ja jetzt billigere Kaffeeimporter aus Tansania oder keine Ahnung was. Nein, kriegen wir nicht. So funktioniert es nicht. Aber nein, ich sage mal, das Erste, was wir machen und immer noch das Allerwichtigste, ist erstmal für einen Austausch sorgen, Vorurteile abbauen und überhaupt Kenntnisse vermitteln. Ich gehe davon aus, dass, keine Ahnung, 80, 90 Prozent der Potsdamer nicht so viel Vorstellung von Sansibar haben. Und umgekehrt ist es ja auch nicht anders. Was denkt man denn in Sansibar über Potsdam? Man kennt es nicht. Ja, müssen wir mal, also so aus dem normalen Leben, sage ich mal, kennt man es nicht. Wir denken zwar, dass Potsdam wichtig ist, das wichtigste historische Ereignis in Potsdam, also die Potsdamer Konferenz, hat natürlich für Sansibar überhaupt keine Bedeutung gehabt. Der ganze Zweite Weltkrieg hat drei Seiten in den Geschichtsbüchern dort, weil es natürlich keinen direkten Bezug gab. Und insofern ist Potsdam an sich nicht Thema. Wir sind manchmal auch ein bisschen traurig, wenn dann doch mal ein Bericht im Fernsehen dort läuft, dann steht da mal Deutschland, Deutschland. Das ist ja gut, dass Sie es zuordnen können, aber wir wollen natürlich auch, dass da Potsdam steht. Und wir wollen mal gucken, dass in den Berichten das auch mal vorkommt. Also man kennt, wenn man was von Deutschland gehört hat, klar kennt man die großen Städte. Und es ist also auch unsere Aufgabe zu vermitteln, was ist Potsdam. Und natürlich, wenn man Deutschland kennt, naja, was ist Deutschland? Deutschland ist der reiche Norden. Ja, da gibt es alles und die können alle Probleme lösen. Und prägt das auch die Sicht darauf, was man aus Sansibar von einer solchen Partnerschaft erwartet? Also kurz gefragt, was wird da von Sansibar aus erwartet, was aus Potsdam kommt? Die Frage geht, bevor Frau Hesse, die schon dort was hingebracht hat, nochmal an Sie beide. Herr Kindlberger, was erwartet man aus Potsdam? Geld? Lösungen? Also ich glaube, es ist eine Gemengelage. Also es ist ja mal die Frage, wer erwartet. Also klar, wenn ich jetzt an die Stadtverwaltung denke, die durchaus im internationalen Austausch auch nicht unerfahren ist, ja auch mit anderen, also zum Beispiel auch gerade mit der Weltbank Zusammenarbeit, natürlich auch um Entwicklungsprojekte zu bekommen. Da hat man, glaube ich, schon auch realistische Vorstellungen. Da erwartet jetzt keiner, dass hier irgendwelche Wunder passieren. Und ich glaube, auch da geht es oftmals mehr um Austausch und auch ein bisschen Anerkennung, dass man auf Augenhöhe behandelt wird, auf Augenhöhe miteinander redet. Das ist ja auch keine grundsätzliche Selbstverständlichkeit. Und natürlich, also man erhofft sich Know-how. Und wir haben in Potsdam ganz viel Know-how. Ich habe diese Klimakonferenz mit den Partnerstädten angesprochen. Da hat ein Kollege vom Klimafolgenforschungsinstitut am Anfang erst mal die Klimavoraussagen für alle Partnerstädte mal an die Wand geworfen. Die haben alle geguckt. Oh, was ist denn das? Ja, und hat auch gesagt, ich könnte die Zahlen noch haben. Wir müssen nur fragen. Ja, so ungefähr. Die sind ja kein Geheimnis. Also es gibt auch im solchen Bereich natürlich Know-how, was wir vermitteln können. Erfahrungen aus den Administrationen. Wenn sich Stadtverwaltungen so gegenseitig angucken, dann merkt man, dass sie doch viele ähnlich gelagerte Probleme haben, die die Kompetenzen auch ähnlich gelagert sind. Also ob das Müll ist, klar, ist ein städliches Problem. Aber auch sozusagen, was die Schulen betrifft, war es bis vor kurzem auch so, dass das eben das so ähnlich ist. Für die Lehrer ist das Land zuständig und für die Schulen, für die Einrichtungen ist die Stadt zuständig. So ein bisschen in der Art. Also da gibt es viele Ähnlichkeiten in Verwaltungsgedingen und dann gibt es viele Angriffungspunkte auch natürlich, um sich da auszutauschen. Natürlich, was für uns halt nicht so ein Thema ist, weil wir können ja überall einfach mal hinfahren, ist natürlich, dass man sich von Austausch auch verspricht, mal die andere Seite zu sehen. Aber als Tansanier können Sie nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal nach Deutschland. Ja, da ist dann die deutsche Botschaft und die Visastelle dazwischen und dann möchten sie auch einen Grund haben, dass sie hierher kommen. Und natürlich auch noch das nötige Kleingeld. Und das ist natürlich schon auch ein Punkt, wo sich viele auch erhoffen, dass Austausch dann auch mal dahin führt, dass sie auch mal herkommen können. Und das ist auf allen Ebenen ja kein einfaches Thema, sowas zu organisieren. Da ist Geld nur ein Faktor vom Ganzen, sondern eben auch das entsprechend umzusetzen. Und vielleicht um den Schlenker zu machen zum Thema Schulen. Schulen war von Anfang an für uns ein wichtiges Thema zum Thema Austausch. Natürlich Schüler mitnehmen. Ich war 2011 selbst das erste Mal in einer Schule. Man muss sich ja auch ein bisschen reindenken. Schulsystem ist anders. Ausstattung ist anders. Methoden, also pädagogische Methoden sind zum größten Teil auch anders. Die Klassen größer? Ein wenig, ein wenig. Was sagten Sie, 65 Kinder in einer Klasse? Ja, es ist ein guter Durchschnitt. Es gibt auch mal Klassen mit 100. Und natürlich die Ausstattung entsprechend problematisch. Also ich weiß noch, als wir mit Jan Jakobs 2014 das erste Mal hingefahren sind, da war auch so die Idee, so einfache Dinge die Stadt auch mal machen kann, dass man mal am Anfang auch ein bisschen mehr, vielleicht auch symbolischer Art. Und wir hatten mit einer, auch Kontakt mit einer Berufsschule, die haben eine Holzwerkstatt und haben dann gedacht, Mensch, wenn wir für die Grundschule in der Holz-, in der anderen Schule Schulmöbel machen lassen, dass die Kinder auf Bänken sitzen können. Ja, wir können in den Klassenraum ja keine Bänke reinstellen, da ist nicht mehr Platz für die 100 Kinder, das geht gar nicht. Ja, also man muss sich, man muss sich da reindenken in vielerlei Sicht. Auch natürlich, was Qualität von Schule angeht, das stimmt mich immer ein wenig traurig, weil da viel, viel verloren geht und man das nicht, nicht so richtig in den Griff bekommen hat, aber dass es natürlich dort auch viele, viele pfiffige junge Leute gibt, die wir uns auch ganz interessant unterhalten haben, wo man staunt, was da für Fragen kamen. Was denn für welche? Also es war 2011, das war arabischer Frühling und ich kriege da also die Frage, was dann die deutsche Sicht ist, wie sich der Sturz von Gaddafi auf die Entwicklungshilfeprojekte, die er ja in Afrika gemacht hat, auswirkt. Das ist eine Frage, über die ist man vorher nicht gestolpert. Da ist uns die Antwort nicht präsent. Naja, die Antwort war, glaube ich, damals auch schon relativ einfach absehbar. In dem Moment, wo die Regierung in Libyen und Gaddafi gestürzt wird, ist das zu Ende. Ja, das kann man relativ einfach beschreiben. Was daraus dann in Tansania wird, ist der schwierige Teil gewesen. Ich glaube, das eine oder andere hat inzwischen China aufgegriffen. Das ist nicht zu übersehen. Aber es ist nur einfach, also auch so eine Frage aus einer Schule dort zu bekommen, das fand ich schon auch sehr positiv. Also, dass man, dass man merkt, natürlich sind viele da in ihrem, in ihrem Leben noch auf einer relativ kleinen Insel so ein bisschen behaftet, aber es gibt auch welche, die gucken über den Tellerrand hinaus und das fand ich, fand ich sehr gut und das möchten wir eigentlich weiter unterstützen, aber es ist eben gar nicht so einfach. Über den Tellerrand hinaus, Herr Kinnelberger, danke für das Stichwort, hat Frau Hesse geschaut. Frau Hesse, Sie haben ein Projekt begonnen, das tatsächlich im vergangenen Jahr von der Stadt Potsdam einen Klimapreis gewonnen hat. Und bevor wir diesen Film dazu einspielen, wüsste ich gerne, haben Sie das angepeilt von Anfang an, dass Sie bis nach Sansibar gehen oder hat sich das ergeben? Nein, das habe ich nicht angepeilt, das hat sich ergeben, wie es manchmal so im Leben ist. Man macht was Schönes und es kommt noch viel mehr Schönes dazu. Mir ging es zunächst darum, dass unsere Jugendlichen intensiv am 2019 hier wichtigen Fridays for Future teilgenommen haben und ich dachte, in Sachen Klima und an der Waldorfschule Potsdam haben wir ja diesen Projektunterricht in einem gewissen Umfang. Klima ist wichtig und wird wichtig bleiben und ich habe mich zum Beispiel mit dem Thema Müll an unserer Schule ganz konkret, aber auch in der Stadt, die Müll-Zwischendeponie ist ja nicht weit weg von unserer Schule und unsere Jugendlichen lieben auch Exkursionen, das habe ich mir genauer angeschaut und auf Sansibar sind wir dann gekommen, weil das die Zeit war, wo die 100-Jahr-Feier der Waldorfschulen auch in Berlin gefeiert wurde und ich habe eine Kollegin aus dem Klassenlehrer- und Fremdsprachenbereich, die schon mehrfach auf der Sansibar Steiner School unterrichtet hatte und einen Lehrer von dort nach Berlin zu dieser 100-Jahr-Feier eingeladen hat und dann hat sie ihn zu uns gelockt in unser Projekt und wir haben uns dann auf Englisch darüber unterhalten, wie denn so eine Partnerschaft auch im klimatischen Bereich funktionieren könnte. Und dann kam es zum Projekt. Jetzt bitte ich um den Film, den wir Gott sei Dank vorliegen haben. Der ist an der Waldorfschule selber entstanden. Haben das Ihre Schüler gemacht? Nein, der ist Teil des Klimapreises gewesen. Freundlicherweise wurde uns dieser kleine Film auch noch dazu geschenkt. Tolle Sache. Film ab! Wir sind hier jetzt in einem ganz besonderen Ort unserer Schule, das grüne Klassenzimmer. Hier findet auch Unterricht statt und hinter mir sieht man eine Tafel, die davon berichtet, dass unsere Schule eine Partnerschaft begonnen hat mit der Waldorfschule in Sansibar. Der Kontakt zu unserer Schule kam über Frau Engelke und über den Lehrer der Waldorfschule aus Sansibar, Herrn Musa, der Zeit gefunden hat, hier in Potsdam bei unserem Projekt vorbeizugucken und uns dort etwas zu erzählen über die Bedürfnisse der Schule auf Sansibar, wie zum Beispiel die Wasserknappheit, dass man dort auch den Schulgarten gut bewässern kann, wo auch das Mittagessen für die Kinder angebaut wird. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wie wir Geld sammeln können, um dort ein Regenwasser-Auffangsystem zu bauen. Genau, da kam uns der Adventsbasar letzten Jahres zugute, bei dem wir mit einer Tomula und weiteren Spenden über 700 Dollar eingenommen haben, die dann nach Sansibar gingen. Sodass jetzt im September mir diese Bilder zugeschickt werden konnten, indem man sieht, dass die Besässerung funktioniert. Die Kinder können selber das Wasser schöpfen und den Spinat, den sie anbauen, wunderbar bewässern. Ich finde es immer wichtig, dass zum Denken auch das Handeln tritt. Denn die Pädagogik, die sich nur intellektuell an den Kopf richtet, wird sie wahrscheinlich in der langen Lebensspanne, die sie noch vor sich haben, nicht die ganze Zeit tragen, sondern wir müssen ins Tun kommen, wir müssen den Klimawandel, die Transformation gestalten, und zwar auch wir Bürgerinnen und Bürger. Das ist mir ganz wichtig. Das Schulprojekt hat einen ganz einfachen Namen, es heißt Tuwatt Klimawandel und ist von der Waldorfschule Potsdam. Herzlichen Glückwunsch! Was uns hier besonders gefallen hat, ist diese Kombination aus Internationalität und Vor-Ort-Denken. Das war eine tolle Leistung dieses Projektes. Und insofern nochmal herzlichen Glückwunsch an die Waldorfschule Potsdam. Tolle Sache. Da haben Sie ja gleich nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Der Klimapreis war auch mit einem Preisgeld verbunden, oder? So ist es, mit spendablen 1.000 Euro. Und die kleine Akkubatentruppe, die die Preisübergabe gerahmt hat, hat sich ja zu jedem Beitrag noch was Besonderes einfallen lassen. Und in unserem Fall war es eine kleine Spendensammlung im Publikum. Und dadurch, dass die Waldorfschulen 100 Jahre alt geworden sind, hat eine Stiftung diesen Preis, den wir in den Wow Day einspeisen konnten, verdoppelt. Der Wow Day Waldorf One World ist angelegt dazu, dass europäische Waldorfschülerinnen und Schüler einmal einen Tag im Jahr arbeiten und dann dieses Geld für die etwas geringer bemittelten Waldorfschulen in, gibt es ja weltweit inzwischen in 50 Ländern, dass denen das zukommen kann. Und insofern konnten wir dann also 2.500 Euro insgesamt aufwenden, um die Regenwasseraufbereitungsanlage weiterzuentwickeln. Und da will ich auch noch mal sagen, dass ich der Stadt sehr dankbar bin, dass wir da auch eine Menge gelernt haben. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man die Elemente, die man braucht, eben vor Ort kauft, damit man auch den lokalen Handel stimulieren kann und dass man eben das Stück für Stück machen kann. Und wenn wir dann vielleicht mittelfristig auf Solarpaneele hin arbeiten, dass es dann auch jemanden gibt vor Ort, der das reparieren kann. Und Sie haben vorhin von Wenrop erzählt, ich habe vor 15 Jahren oder etwas länger bei Ihnen eine Fortbildung gemacht, weil mich das total interessiert hat, wie kann man Norden und Süden verknüpfen. Und ich habe gedacht, das wirst du nie schaffen. Also das ist ja ganz außer der Reichweite. Aber lass dich mal animieren. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar. Das hat mir so einen allerersten Schubs gegeben. Und das konnten wir dann jetzt eben aufgreifen. Und das möchten wir auch mittelfristig aufbauen. Die Schule ist ja im Aufbau begriffen. Und wenn ich noch was kurz zu der Schule sagen darf, Die haben relativ viele Waisenkinder in der Sansibar Steiner School. Und die können natürlich wenig Schulgeld zahlen. Und zu jeder Waldorfschule gehört auch Gartenbauunterricht. Immer. Und das haben wir ja auch gerade in dem Filmchen gesehen. Diese Produkte, die sie anbauen, die werden sie dann auch verarbeiten und werden sie auch selber nutzen und essen. Und das gibt ihnen eben ein, nicht nur Know-how, sondern auch die Ernährung. Und das ist unglaublich wichtig. Und was Sie vorhin gesagt haben, zum Beispiel Mülltrennung oder so, und das ist in Sansibar genauso wie in Potsdam. Entweder du lernst es als Kind oder du hast ein Problem. Also, ja. Und mittelfristig würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht auch mal ein Sozialpraktikum dort haben könnten. Und die Schule ist ja im Wachsen begriffen. Mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ist vielleicht auch eine Sache für einen Bundesfreiwilligendienst, den man da noch implementieren könnte. Herr Prüfer, ne? Ist aber schon mal ein schönes Kompliment, dass Ihre Arbeit da so langfristig gefruchtet hat. Jetzt möchte ich mal ganz kurz den Bogen weiterschlagen und spannen. Das passiert ja nicht alles in luftleerem Raum, sondern wir sind auf dem Weg zum Green New Deal. Und wir basieren das alles auf den 17 Zielen der Agenda 2030. Viele Zahlen, die sich den nachhaltigen Entwicklungszielen, auf deutsch gesagt, verschrieben haben. Werden wir denn mit solchen kleinen, wenn auch total ehrenwerten Projekten, aber mühsamen Projekten, werden wir damit den Klimawandel aufhalten können in der rechten Zeit? Also ich denke, es bedarf beides. Ja, also die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die da auf der Generalversammlung 2015 verabschiedet wurden, betonen auch ausdrücklich sozusagen, dass wir vor einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stehen. Also diese Frage, die globalen Probleme zu lösen, sind leider relativ lange den Regierungen zugeschoben worden. Man weiß aber inzwischen, so funktioniert das nicht. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, und wie gesagt, in diesen UN-Zielen, die sind auch nochmal Unterglieder dann in 169 Unterziele, dort jeweils zu gucken, welche Akteure können welchen Teil sozusagen der Arbeit übernehmen. Da haben die Staaten, also erstmal die internationalen Staaten, also Gemeinschaft eine Verantwortung, da hat die EU eine Verantwortung. Also ja, wir begrüßen das, dass man mit dem Green Deal, der jetzt da angeschoben wird, ja, eine Lösungsstrategie, die auch aufs Globale zielt, angegangen wird. Das wird übrigens jetzt auch sehr diskutiert für Afrika auch, so ein Green Deal for Afrika. So, dann hat aber natürlich die Bundesregierung auch nochmal ihren Teil dazu zu tragen, also die sowohl selbstständig, aber auch durch die Förderung von Zivilgesellschaft, also genau von solchen Beispielen oder von solchen Initiativen, wie es die BWAG macht oder wie wir als entwicklungspolitisches Landesnetzwerk betreiben, also dort auch nochmal die Zivilgesellschaft stärker zu unterstützen, ihren Teil bei der Lösung beizudranken. Es ist völlig, völlig klar, dass diese vielen kleinen Initiativen das letztlich nicht schaffen, wenn es nicht gelingt, die Industrie umzupolen, auf eine nachhaltige Art und Weise. Oder wir sind ja auch beim Thema Kommunen, was kann Potsdam tun, eben wie gesagt, die Kommunen, die auch ein eigenständiges Ziel haben innerhalb dieser 17 SDGs, wie die so in der englischen Abkürzung sind, wenn das gut zusammenpasst. Da gibt es auch ein paar zivil, also interne Konflikte, also diese Ziele sind in sich nicht so ganz stringent, weil man natürlich, wenn man eben auch Wirtschaftswachstum auf der einen Seite propagiert... Die Bekämpfung der Armut ist ja das Ziel Nummer eins. Wie bekämpft man die Armut, wenn man die Industrie fesselt? Genau, also es braucht auf der einen Seite sozusagen auch durchaus weiter ein Wirtschaftswachstum, aber das muss entkoppelt werden von dem Ressourcen- und Energieverbrauch. Da sind wir wieder bei diesem Thema Plastik halt. Und diese ganze Frage, erst mal Ressourcenverbrauch vermeiden und dann aber auch in Stoffkreisläufe zu kommen, zum Beispiel eben Plastik entweder wieder zu verwenden, nochmal zu gucken, wie kann man es dann auch, wenn es dann wirklich für den ursprünglichen Zweck nicht mehr dienlich ist, nochmal anders nutzen. Und da gibt es schöne Beispiele, wo dann auch der andere Rohstoffeinsatz durch Plastikabfall sozusagen ersetzt werden kann. Und nochmal eine ganz wichtige Komponente ist auch, das ist an diesem schulischen Beispiel sehr schön deutlich geworden, wir müssen natürlich die Menschen mitnehmen. Also es funktioniert nicht über Dekretierung von oben, das konnte der alte Fritzchen noch machen mit seinem Kartoffelanbau. Und es ging auch da schon mal schief. Es ging auch da schon mal schief. Also ja, aber da sozusagen war die Wirkmächtigkeit sozusagen von Regierungen nochmal eine andere. Das funktioniert natürlich in demokratischen Gesellschaften nicht mehr. Und es gibt sehr schöne Beispiele auch von Schulpartnerschaften. Wir kommen immer wieder auf dieses Partnerschaften dazu, die sich auch durchaus unterschiedlichen Themen nutzen, zuwenden. und ich gehe auch sehr mit ihrer Aussage, dass wir ins Handeln kommen müssen. Wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Das ist bei der Wissenschaft so, das ist in der Politik auch so, das ist bei vielen Leuten auch so, aber wir haben eine Umsetzung, wir haben ein Handlungsproblem. Und umso wichtiger sind diese Beispiele auch, wo sich auch junge Kinder, also Jugendliche, schon dann ganz selbstverständlich da reinkommen und ihre Wirksamkeit, ihre Wirkmächtigkeit erleben. Und das ist somit das Beste, was passieren kann, um dann auch so mit dem langen Blick so ein Engagement für diese Themen zu generieren. Das ist wahrscheinlich auch der medialen Gesellschaft zu danken, die uns dann immer noch schneller vernetzt. Herr Kindelberger, ich habe gesehen, dass Sie gleich was sagen wollten nach dem Film, muss Ihnen aber noch was mitgeben. Und zwar, Sie sind ja auch Dachverbandssprecher der Europäischen Akademien. Und die Frage, die ich Ihnen schon mal unterjubeln will, ist, kann denn da Europa überhaupt im Sinne eines Green New Deal nach Afrika reinwirken? Ich versuche das mal auf zwei Ebenen zu beantworten. Die eine ist das, weswegen ich mich hier auch noch mal zu Wort melden wollte. Also die Frage erst mal auf der kleinen Ebene, was können wir bewirken, was machen wir mit unseren Projekten? Also was ist das, wenn wir da eine Regenwasseranlage bauen in einer Schule? Wir selbst haben ein Projekt gemacht. Es ist ja hier in Potsdam bekannt in den Medien gewesen, dass wir auch Spendenmittel von der Schauspielerin Gerrit Kling bekommen haben. der Aufgabe, sozusagen für Schulen was zu machen. Und die Frage war, was kann man alles so machen? Und ich meine, Sansibar hat so viele Schulen, das können wir nicht ändern. Aber wir können Beispiele setzen. Und wir haben also zum Beispiel in einer Schule, da kam die Anfrage, naja, wir haben ja mehrere Klassenräume, die haben keine Ventilation, die haben kein Licht und sind eingeschränkt benutzbar oder für die Schülern halt auch anstrengend. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir ja machen so. Und dann war die Frage, aber naja, kostet ja Strom. Wer bezahlt den Strom? Wer stellt sich ja, dass der mal da ist? Und dann kam halt die Anregung aus der Stadtverwaltung, aus einem anderen Projekt, mach doch mit Solar. Und dann haben wir das auch gemacht. Das funktioniert, funktioniert auch bis heute. Und das ist halt eine Schule, beziehungsweise noch nicht mal eine, das sind, ich glaube, ein Drittel der Schule oder so, was damit nochmal zusätzlich versorgt worden ist. Aber was mir besonders gefallen hat, ist dann, dass der Lehrer dann erzählt hat, ja, die kommen aus anderen Schulen und gucken mal, wie das gemacht worden ist. Und ich glaube, das ist es, Anregung zu geben, Beispiele zu unterstützen und lokale Initiativen. Also klar, auch die Solarpanels haben wir dort gekauft, die haben wir nicht mitgenommen. Und man kann jetzt auch länger gucken. Frau Hesse hat es im Vorgespräch erzählt, die tropische Nacht dauert zwölf Stunden. Das hat man hier ja gar nicht so im Blick. Ja, es ist komisch, weil die haben immer den gleich, der Tag ist immer gleich lang, ja. Zurzeit haben wir den längeren. Im Prinzip. Im Winter haben die den längeren Tag, ja. Das können die sich auch gar nicht vorstellen. Das sind auch die kleinen Unterschiede, die man erst mal lernen muss. Ja, auch, dass die Sonne sich anders rumdreht. Südhalbkugel. Haben wir alle in der Schule mal gelernt, aber wenn man da ist, muss man es dann doch erst nochmal verinnerlichen. Ich möchte auch nochmal Werbung für die Stadt Potsdam selber machen. Im Rahmen der Klimapartnerschaft sind ja auch so einzelne Projekte angestoßen worden. Im ersten, es gab zwei Förderphasen, wo also auch größere Projektmittel zur Verfügung standen. In der ersten Förderphase hat man dort mit der Gestaltung eines Festplatzes mitgeholfen, hat Bänke gebaut, auch einen Mülleimer daneben und Bäume gepflanzt. Und auch an der Straße, also der Straße daneben, Solarlaternen hingestellt. Man weiß nicht, ob die Stadt Sansebar sich das nicht vielleicht sowieso überlegt hat. Inzwischen stehen sehr viele Solarlaternen in Sansebar, in den großen Straßen, dass die praktisch dann nachts auch beleuchtet sind. Wer selber dann mal im Dunkeln, und das wird dann sehr schnell dunkel, und halt eben doch manchmal auch früh für unsere Verhältnisse, wer dann mal im Dunkeln über die Straßen gestolpert ist, der weiß, wie wichtig das ist, dass da mal Licht ist. Inzwischen haben wir festgestellt, was nicht bedacht worden ist, die Straßen sind jetzt gut beleuchtet, aber die Gehwege nicht so gut. Und nachts läufst du im Prinzip auf der Straße, damit du im Licht laufen kannst. Also es ist alles noch ausbaufähig, aber es sind so Entwicklungsschritte. Und in der zweiten Förderphase ist der Botanische Garten. In Potsdam, der Botanische Garten in Potsdam. Sansebar. Mithilfe des Potsdamer Botanischen Gartens, das war dann ein gemeinsames Projekt, also die Uni war mit einbezogen, der Träger des Botanischen Gartens hier in Potsdam ist, hat man dort einen etwas brachliegenden ehemaligen Botanischen Garten wieder auf Vordermann gebracht, der jetzt ein sehr schöner Treffpunkt geworden ist, hat Pflanzen ausgetauscht, ist sogar eine sansebarische Pflanze hierher gekommen, die auch selten ist und jetzt im Botanischen Garten steht. Und das sind also Sachen, die man machen kann. Dazu gehörte immer ständiges, wie gesagt, ständiges Baumpflanzen. Wir haben alle schon, glaube ich, wie wir da waren, mal einen Baum gepflanzt. Der Oberbürgermeister hat einen gepflanzt, der inzwischen schon sehr groß geworden ist, weil manches auch dort schneller wächst. Muss man denn in Sansebar noch Bäume pflanzen? Ich habe mal drüber geschaut im Internet und habe die Insel sehr grün gefunden. Die ist auch grün. Interessanterweise auch eines der, ich habe vorhin von Vorurteilen abbauen gesprochen, Dinge, die man, wenn man hier in eine Schule geht, durchaus nochmal von Schülern hört, wenn man einen Film zeigt, das ist ja da grün in Sansebar. Ja, Afrika besteht nicht nur aus der Sahara. Das ist leider eine Erkenntnis, die man noch vermitteln muss. Nein, also ich glaube, es geht eher darum, Bäume gezielt an die richtige und Pflanzen, an die richtige Stelle zu pflanzen und im Botanischen Garten natürlich ging es auch darum, eher auch eine einheimische Pflanzkultur teilweise auch wieder herzustellen, auch zu erhalten. In dem Zusammenhang gab es selbst noch thematische Auseinandersetzungen, auch hier mit Potsdam, also positive Diskussionen auch zum Thema Kolonialismus in der Botanik. Das war mir ehrlich gesagt im Moment auch nochmal ein neues Thema, aber einfach nochmal zu sehen, da waren natürlich viele Pflanzen dann gesammelt worden und nach Europa gebracht worden und teilweise vor Ort sind sie schon ausgestorben. Wohingegen ein anderer Punkt ja auch ganz wichtig ist und auch nochmal in Ihre Nachhaltigkeitsrichtung zielen würde, Sansibar lebt ja immer noch zum großen Teil vom Gewürzhandel, habe ich gelernt. Und dort werden unter anderem auch Algen angepflanzt, chinesische Algen, die zu ganz schlimmen Dingen führen. Unter anderem werden die natürlich im Meer angepflanzt und weil sie nicht einheimische Arten sind, zerstören sie die Korallenriffe und die Frauen, die diese Algenfarmen betreiben, erblinden früh, weil das Meerwasser so spiegelt. Ist das eigentlich eine Sache, gegen die Sie auch angehen könnten? Herr Prüfer, es ist ja eigentlich voll Ihre Ziellinie. Also man muss eine nachhaltige Wirtschaft unterstützen, man könnte die Menschen vor Ort gleich supporten, indem man sagt, also versuch doch mal, ob die chinesischen Pharmariesen nicht auch eine andere, eine einheimische Algenart nehmen könnten, macht da mal Versuche. Lässt sich da noch was drehen oder muss man da sagen, geht nicht? Also ich habe zwar, bilde ich mir ein von vielen Dingen, die so mit Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit zu tun haben, eine Ahnung. Aber das Beispiel ist relativ neu, weil ich kenne ein anderes Beispiel mit Algen, was genau in die andere Richtung geht. In Afsanzibar, ja. Das ist ein Projekt, wo die, damals die regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, die RAA, also Herr Kindlberger hatte ich schon angesprochen, das waren so die ersten, die mit diesen Sansibar-Kontakten und auch mit dem Austausch von Jugendlichen begonnen haben, 1992 übrigens schon. Und eines der Projekte, die da im Blick waren, war sozusagen das Empowern auch von Frauen an der Küste, die dort Algen eingebaut haben. Das ist eine traditionelle Geschichte. Deswegen habe ich jetzt aufgehört, chinesische Algen ist mir nicht bekannt. Also dieses Algenfarming gibt es dort schon sehr lange. Und Algen, also zumindest diese Art dort, ist dann zunehmend im Blickpunkt von so einer sich globalisierenden Kosmetikindustrie gekommen. Sommat ich das weiß, also hat dort ein großer französischer Kosmetikkonzern, also diese Algen, sehr, 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 sehr preiswert aufgekauft. Und, naja, Sie kennen wahrscheinlich die Preise für Kosmetikprodukte hierzulande in Europa. Na, da ist eine ziemlich Gewinnspanne drin. Ja, und warum? Nun lag es entwicklungspolitisch gesehen nahe, zu überlegen, ob nicht diese Frauen sich zusammenschließen, so eine Kooperative bilden, um dadurch gegenüber den französischen Aufkäufern, also so ein bisschen so eine größere Marktmacht zu entwickeln. Und das hat auch geklappt. Also es sind dann sozusagen, ist eine Kooperative entstanden, die auch mit Unterstützung auch von sanzibarischen oder zumindest tanzanischen Wissenschaftlerinnen das nochmal professionalisiert haben. Und meines Wissens dort inzwischen auch einen deutlich größeren Anteil des Gewinns aus diesen Kosmetikprodukten, die im Zusammenhang mit diesen Alten sind, also für sich behalten können. Es ist trotzdem für die Frauen auch eine gesundheitsgefährdende Angelegenheit. Die stehen also wirklich stundenlang dort im Wasser, auch wenn das nicht so sehr kalt ist. Aber salzig und eben sehr, sehr lang. Das ist nicht so günstig. Auch da wurde dann versucht, über Aufklärung, über Beratung, dort nochmal zu schauen, ob man diese Arbeitsbedingungen etwas besser gestalten kann. Und das aber eben, wie gesagt, in diesem wichtigen genossenschaftlichen Ansatz, dass die Frauen selber sich da nochmal zusammentun, das ist auch nochmal wichtig. Sanzibar ist eine muslimische Insel. Da gibt es sehr viele so sehr selbstbewusste Frauen auch. Aber es gibt immer noch Widerstände und Punkte, wo es auch wichtig wäre, dass Frauen nochmal stärker zu ihren Rechten kommen. Das ist die Geschichte, die ich mit den sanzibarischen Algen kenne. Aber es kann möglicherweise auch dahin gekommen sein, dass dort eben auch andere Kosmetikkonzerne oder Händler, wer auch immer, dort ein Geschäft gewittert haben und da eine aktuelle Entwicklung passiert ist, die an mir vorbeigegangen ist. Die Marktentwicklung und Aufteilung, von der wir eben schon sprachen, nachdem Gaddafis Entwicklungshilfe wegfiel und andere Mächte an deren Stelle traten. Frau Hesse, ist das eigentlich auch ein Thema für Sie? Also solche Selbstermächtigungssachen, Bildung, Entwicklung gehört ja auch zu den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen. Ist das was, was Sie Ihren Schülern mitgeben und was dort Wurzeln schlägt? Ich finde diese 17 Ziele sehr wichtig. Wir haben allerdings nicht so sehr viel Politikunterricht und ich bringe schon, ich stopfe schon viel in den Geschichtsunterricht rein. Da kommt man aber an Grenzen. Aber wir sind ja relativ breit aufgestellt als Waldorfschule mit allen möglichen und auch zum Beispiel unseren Gartenbauunterricht. Von dem aus kann man eben auch solche entwicklungspolitischen Bögen schlagen. Und das ist auf jeden Fall möglich, aber man muss es eben immer nochmal irgendwie versuchen unterzubringen. Vor etwas mehr als 100 Jahren hat ja Klara Hoffbauer hier ein ganz ähnliches Konzept verfolgt, als Sie erzählt haben von der Rudolf-Steiner-Schule in Sansibar. Aber da habe ich gleich gedacht, also die nimmt Waisenkinder auf, kümmert sich um berufliche Ausbildung. Da habe ich gleich gedacht, das hört sich eigentlich an wie ein Projekt, wie das von Klara Hoffbauer, die dann auch Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Erzieherinnen ausgebaut hat. Aber Herr Kindlberger, Sie sind mir noch die Antwort schuldig darüber, ob eigentlich die Europäische Union mit ihren grünen, nachhaltigen Plänen bis nach Afrika strahlen kann oder ob wir, das haben Sie eben schon angedeutet, Herr Prüfer, tatsächlich anfangen müssen, auf einen afrikanischen New Deal zu hoffen. Also die EU kann es, ob sie es tun wird, das ist vielleicht noch die völlig andere Frage. Also ich glaube, es ist einfach wichtig zu gucken, wir haben das vorhin so beschrieben, dass Europa guckt, dass erst der klimaneutraler Kontinent wird und hier alles schön ist. Ja, es nützt ja nichts, wenn hier alles schön ist, wenn es woanders nicht schön ist. Und das ist ja auch die Frage, wie tragen wir dazu bei und was tun wir selber? Oder verlagern wir jetzt alles, was nicht schön ist, außerhalb von Europa? Aber das hat zum einen natürlich auch was mit, ich sag mal, Warenströmen, Nachnutzung zu tun. Ja, auch in Sansibar schlagen viele Second-Hand-Produkte auf. Das sind nicht nur das übliche Thema der Bekleidung, das sind auch Elektronikgeräte. Kühlschränke ist mir mal so auch persönlich aufgefallen. Die kosten dort, also die gebrauchten Kühlschränke aus Europa, kosten dort noch genauso viel wie hier ein neuer. Und wenn sie Glück haben, halten sie ein paar Jahre, wenn sie Pech haben, sie nach drei Wochen kaputt. Und dann sind sie dort. Dann ist der Müll dort. Ja, der kommt nicht mehr zurück. Und durch ihre engen Kontakte nach Sansibar haben sie auch selber mit ihrem Büro nochmal nachfragen können, wie sieht es denn da aus, was muss am dringendsten erledigt werden. Und sie haben tatsächlich ein Statement erhalten, stimmt's? Ja. Bitte. War das auch ein Lehrer an einer Schule, mit dem Sie gesprochen haben? Also wir haben unter anderem, also sowohl mit der Stadtverwaltung als auch mit dem Lehrer gesprochen, der Lehrer, das ist Halfan Hassan, der ist Lehrer an der To-Pepo-Schule, auch schon seit gefühlt 20 Jahren mindestens Kontaktpartner, dem wir auch regelmäßig im Austausch sind, den wir auch an seiner Schule unterstützen, der war vorher an einer anderen Schule, auch etwas für die Umwelt zu machen, der auch selbst dort eine Umweltgruppe, sag ich mal, hat mit Schülern, die versuchen zum einen das eigene Schulgelände erstmal auch auf Vordermann zu bringen und zum anderen aber auch darüber hinaus, also neben der, also es geht ja einerseits um Bildung, um Verstehen und die Kinder müssen erstmal verstehen, was das Problem ist. Ich sage mal, die sollen mal Bilder von den Plastikinseln im Ozean gesehen haben, dann verstehen sie ein bisschen besser, warum auch sie ihren Plastikmüll nicht mehr immer irgendwo hinschmeißen müssen. Und natürlich sollen sie auch was tun und gibt da dann auch so Projekte, dann mal am Strand Müll einzusammeln und Ähnliches. Aber es gibt keine geregelte Müllentsorgung, oder doch? Also was den Müll in Sansibar angeht, hat sich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren auch, ich hatte ja gesagt, wir sind damals darauf angesprochen worden, das ist das größte Problem, was wir haben, hat sich eine ganze Menge getan. Ich glaube auch, der Anteil des gesammelten Mülls ist deutlich gestiegen. Es wurde jetzt eine Zahl vermittelt von 89 Prozent des anfallenden Mülls, wird inzwischen tatsächlich eingesammelt. Es gibt ein System dazu, die Leute, die in Sansibar wohnen, zahlen eine Abfallgebühr, so wie hier. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich bin hier nicht ganz so ins Detail eingestiegen, aber so, ich hätte beinahe gesagt, die ist aber fast schon genauso hoch wie hier, was mich dann mal so ein bisschen in Überlegungen bringt, wie schaffen die das eigentlich, all diese Sachen zu bezahlen? Und womit also der Stadt auch Mittel zur Verfügung stehen, was zu tun? Es muss ja irgendwie finanziert werden. Man hat also auch Müllfahrzeuge gekauft in den letzten Jahren, um das zu verbessern. Es gibt also so Sammelpunkte, da stehen große Container, da kann man den Müll reinschmeißen, also keine Mülltonnen jetzt in der Straße, die irgendwo abgeholt werden, aber Sammelplätze, da müssen die Leute es halt hinbringen. Das muss auch erst mal funktionieren, aber es wird, glaube ich, zumindest auch gerade in der Innenstadt, im historischen Stadtteil, da wird schon sehr, sehr gut drauf geguckt. Und dann ist natürlich auch das Problem, was macht man mit dem Müll? Der muss ja irgendwo hin, der hat natürlich dann eine Mülldeponie angelegt und natürlich besteht letztlich das Problem, was kann man tun? Mülltrennung ist noch nicht so entwickelt, obwohl es manchmal Ansätze gibt. Bestimmte Dinge sind nachnutzbar, dazu zählen auch gerade Plastiflaschen, weil die gerade auch in den ländlichen Regionen nochmal nachgenutzt werden. Also da kann man ja wieder was reinfüllen, kann man sauber machen, wieder reinfüllen. Da findet schon eine ganze Menge statt, es gibt kein Pfandsystem oder irgendwas in der Richtung, aber da wird schon geguckt. Und wir haben ja das Motto der Sendereihe hier, Potsdam ohne Plastik, Sansebau ohne Plastik ist an einer gewissen Stelle schon ein Stück weiter. Man hat nämlich 2019 die Plastiktüten verboten. Und was hat das gebracht? Was hat das gebracht? Also es gibt, es sind natürlich weniger Plastiktüten unterwegs. Also man kriegt nicht mehr, wenn man laden geht, alles in eine Plastiktüte. Das ist abgeschafft worden. Es ist nicht so, dass Plasteverpackungen völlig verschwunden sind. Die gibt es natürlich noch, die werden teilweise ja auch importiert. Ob vom Festland oder aus anderen Ländern mit den Waren, die dann da drin sind. Es hat so ein bisschen, also ich sage mal so, wenn man auf den Markt geht, kriegt man angeboten dann so eine mehr, also wie man das hier auch kennt, so einen etwas stärkeren Beutel, die man dann dauerhaft nutzen kann. Die sind meist scheinbar chinesischer Produktion. Und wenn sie im Laden was kaufen, kriegen sie eigentlich spontan erst mal alles in die Papiertüte verpackt. Die von der Ökobilanz her eigentlich auch nicht besser ist, ne? Ja, es ist ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt. Also es ist auch da wichtig, dann noch mal zu sagen, auch ihr müsst mir jetzt das Marmeladenglas hier nicht noch mal in die Papiertüte einpacken. Ich kann das auch so mitnehmen. Das geht dann auch, aber man muss es sagen, sonst kriegt man erst mal alles so. Also es ist, auch da ist ja noch der Bildungsaspekt und auch die Anleitung, ja, was kann man jetzt tun, was muss man tun, ist ja auch das Gefühl, ich muss jetzt hier kundenfreundlich sein, ich muss den das jetzt irgendwie verpacken. Das handelt sich also um relativ kurzfristig erworbene Kenntnisse. Wenn Sie das jetzt schon sagen, Herr Kindlberger, mit der Plaste. Die Plaste war ja in der untergegangenen DDR auch eine Ressource, wie so vieles andere Ressource war und um das noch mal kurz politisch auch zu wenden, ich glaube, die Ressourcenverwertung in der DDR erreichte fantastische Ausmaße. Also es gab doch Altpapiersammlungen, die gesteuert waren, Glassammlungen, Plastesammlungen vermutlich auch und ich denke mal, das berühmte Einkaufsnetz ist mit der Wende untergegangen und sollte jetzt langsam wieder vorgezogen werden. Worauf ich hinaus will ist, also auch in Potsdam ist doch der Wegwerfwahn von Einwegplastik eine relativ junge Entwicklung und sie müsste eigentlich auch im eigentlich immer relativ armen Sansibar auch eine ganz junge Entwicklung gewesen sein. Vielleicht ist das eine Generation, die gelernt hat, dass man das alles wegwerfen kann. Wie lange würde es brauchen, sich da dem Rad in die Speichen zu werfen? Was sagen Sie, Herr Prüfer? Ja, das tun ja einige schon. Also so dieses verschwenderische Rad, was hier über die Welt rollt, so anzuhalten. Ich will aber noch mal zurück, also nicht nur zur DDR, sondern noch weiter. Also ich glaube, Mangel und Faulheit waren immer gute Triebkräfte für Erfindungen. Und in der DDR war es in der Tat so, dass dann der Mangel an zu importierenden Material dazu geführt hat, dass ein in der Tat weltweit vorbildliches Recycling-Erfassungssystem aufgebaut worden ist, was auch wirklich internationale Anerkennung hatte. Ich hatte da so ein bisschen mal mit zu tun. Das waren also Recycling-Raten im Bereich Glas, Altpapier über 90 Prozent. Da kann man heute nur noch träumen davon. In der EU zum Beispiel, dass die aktuellen Daten werden von allen eingesetzten Materialien zur Produktherstellung, sind das nur zwölf Prozent Recycling-Material. Zwölf Prozent, das ist natürlich verdammt wenig. Aber die EU ist auch ganz schön vielfältig. Also wir denken mal kurz an Griechenland. Ich weiß gar nicht, ob die jemals darüber nachgedacht haben. Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, jetzt nicht sozusagen mit den Fingern auf andere zu zeigen. Und ich glaube, es gibt überall gute Ansätze, gute Projekte, auch gute politische Entscheidungsträgerinnen, die das im Blick haben. Und wir haben es ja mit diesem Green New Deal auch wirklich jetzt so ein Konsens in der Europäischen Union. Man weiß, wo man hin muss. Ja, und Thema Plastik. Also wenn man weiß, jährlich fallen 200 Millionen Tonnen Plastimüll an, weltweit. Den Berg kann man sich mal vorstellen. Kann ich gar nicht. Haben Sie da einen großen Teil? Kann man sich. Nein, wir kennen nur diese spektakulären Bilder, wenn dann halt die Meeresschildkröten in so einer Plastitüte drin sind oder Delfine so verenden, weil sie sich da irgendwo verheddert haben. Oder es gibt ja auch Aufnahmen dieses riesengroßen Teppichs, der im Ozean schwimmt und immer größer und größer wird. So groß wie Helgoland war der mal? Ja, also ein Großteil dieser Altplastik wird verbrannt. Die Folgen kann man sich vorstellen, wer das einmal geschnuppert hat irgendwo. Und das ist leider in vielen Entwicklungsländern nochmal so gang und gäbe, dass das einfach irgendwo verbrannt wird. Und mit dramatischen Gesundheitsschäden in den Großstädten halt zum Beispiel. Und so ein Teil gelangt halt eben ins Meer. Also man schätzt glaube ich so knapp sieben Millionen Tonnen von diesen 200 Millionen kommen ins Meer. Das sind also, kann man sich vorstellen, was da passiert. Und insofern ist es natürlich eine völlig richtige Grundstrategie zu gucken, dass man nicht nur sozusagen, dass solche Materialien insbesondere, solche die nicht gut oder nur über lange, lange Zeitraum hinweg abbaubar sind, irgendwie recycelt, sondern dass man sie vermeidet. Also von Anfang an. Also es geht nicht nur um diese technische Effizienz, wie man so sagt, sondern auch um die Suffizienz, also weniger. Und Ressourcenschonung. Genau, Ressourcenschonung. Und es gibt also ein eigenständiges Ziel innerhalb dieser 17 SDGs der UN. Das ist das Ziel Nummer 12. Nachhaltig produzieren und konsumieren. Also auch beide Seiten, nicht nur den Konsum drosseln. Da kann man natürlich individuell einiges tun, sind wir wieder auf diesen unterschiedlichen Ebenen individuell oder halt eben staatlich oder auch als Kommune da was zu tun. Also da gibt es schon noch Maßnahmen oder Aktivitäten auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ja, um nochmal auch auf diese Idee des Green Deal Afrika zu kommen, also das wird also auch von der Politik, aber eben auch von vielen Wissenschaftlern sozusagen so gesehen als eine der, also diese Abfallwirtschaft und dieses Recycling auch, als eine der großen Wachstumsbranchen in Afrika. Ja, weil da eben noch unglaublich viele sozusagen Perspektiven noch gar nicht so gegangen sind, die europäische Länder zum Beispiel schon beschritten haben. Und man muss natürlich auch nochmal denken, Afrika ist der jüngste Kontinent. Man braucht dann auch Arbeitsplätze. So, und dieser Bereich Ökologie, Recycling, ja, gibt es ja viele industrielle Bereiche. Der jüngste Kontinent, ich muss das mal kurz sagen. Die würden sehr viele Arbeitsplätze dafür bieten. Also es gibt einen großen Anteil der Bevölkerung, der unter 18 ist. Sind das 60 Prozent? Meinen Sie das? Ja, es gibt natürlich also unterschiedliche Länder sozusagen Durchschnitte, aber vom Grundsatz her, das kann hinkommen, also dass zumindest so die Hälfte, mindestens die Hälfte der Bevölkerung unter 18 Jahren ist. Und das in einem Kontinent, der eben auch aufgrund der ganzen Wirtschaftsstruktur, die eben auch viel mit Kolonialismus und postkolonialen Strukturen zu tun hat, dann relativ wenige sozusagen Industriearbeitsplätze bietet halt. Weil die Verarbeitung, das zu großen Teilen in Europa oder in den USA oder halt eben jetzt auch in Asien stattfindet, weil diese Verarbeitungsprozesse, die bringen natürlich so einen höheren Mehrwertgewinn, der natürlich gern von den anderen Konzernen abgeschöpft werden wird. Und man bemüht sich sehr darum, also in Afrika eine Basis zu schaffen, dass diese Wertschöpfung, also der Anfang von auch Lieferketten, von Produktionsketten in Afrika bleibt. Denn nur dort entsteht ja der Gewinn, nicht im Export von Rohstoffen, wobei das natürlich für die westliche Welt, also eigentlich auch für China und für Russland ein großes Problem ist, denn die suchen ja nicht Partner, die suchen Absatzmärkte. Genau und deswegen braucht man eben auch diese politische Verständigung dazu, das ist etwas, was nicht auf dieser individuellen Konsumebene oder durch die engagierte Arbeit von Vereinen gelöst werden kann. Und da gibt es natürlich Konflikte und wichtig ist natürlich aber, dass dann eben die Weltgemeinschaft, also gerade die UN, handlungsfähig bleibt, beziehungsweise noch stärker handlungsfähig wird, auch gegenüber diesen großen transnationalen Konzernen, die natürlich ganz andere Interessen haben. Wer ist denn da Verhandlungspartner? Die Afrikanische Union? Da gibt es ein sehr differenziertes Verhandlungssystem. Es laufen natürlich, also auch von der EU zur Afrikanischen Union, Verhandlungsstränge. Also es gibt immer einen EU-Afrika-Gipfel, der ist allerdings verschoben worden, Corona-bedingt, der wird so vielleicht für Ende des Jahres erwartet. Und darauf bezieht sich auch eine jüngste Äußerung von Kommissionspräsidentin Van der Leyen, die das Thema ausgesprochen, also EU-Green-Deal und Afrika-Green-Deal nochmal angesprochen hat und also wirklich adressiert hat, weil inzwischen natürlich auch die Erkenntnis gereift ist, man kann es nur im Miteinander schaffen. Wenn man es nur im Miteinander schaffen kann. Wie würde man das denn wohl anfangen, Herr Kindlberger? Na klar, also so bilaterale Verhandlungen sind eine super Sache, ziehen sich aber oft echt lange hin. Kann man da wirtschaftlich, also mal ganz wild gesprochen, von Potsdam aus Anreize setzen? Auf wirtschaftliche Anreize von Potsdam aus? Oh, das ist mir gerade noch ein bisschen weit weg, die Frage. Ich sage mal, wir wollen Anregungen und Ideen transportieren und auch in der Gegenrichtung eben mal gucken, wie gehen andere damit um? Das ist eigentlich was, was Partnerschaften und Zivilgesellschaften auch eine Städtepartnerschaft leisten kann. Alles andere ist, glaube ich, momentan noch ein bisschen weit weg. Und wirtschaftliche Sachen sind ja auch nicht so ganz einfach. Da haben wir mit Handel und Zöllen und so weiter zu tun. Ich träume auch noch davon, dass wir mal irgendwie noch eine Firma finden, die uns hilft, dass man hier im Weltladen mal das Sansibar-Regal aufstellen kann mit Produkten aus Sansibar. Das ist alles nicht so ganz einfach, weil das muss ja, das kann nicht einer im Koffer mal mitnehmen, das muss ja offiziell importiert werden. Und das ist schon mal eine ganz andere Handlungsebene. Da fühle ich mich mal als Verein ein bisschen überfordert. Und das können Sie nicht als Goodwill-Projekt quasi mal so probeweise aufbauen? Ja, vielleicht guckt ja jetzt einer zu, der sagt, das ist doch mein Arbeitsschwerpunkt, so was wollte ich immer mal machen. Wir sind halt auf einer anderen Ebene tätig und deswegen, wir stoßen an, haben in vielerlei Sachen schon Dinge getan. Ich sage mal, ich versuche mal ein bisschen mehr einen Schwerpunkt auf die, auf die Köpfe, auf die Köpfe zu setzen. Es ist ja auch jetzt inzwischen seit mehreren Jahren ein Projekt eigentlich von der IHK Potsdam angestoßen, umgesetzt durch das AVT Teltow zur Verbesserung der, der Ausbildung in Sansibar, weil natürlich, Uwe hat ja auch schon über Fachkräfte gesprochen. AVT Teltow? Ah, AVT. AVT. Und wofür steht das? Ausbildung, Ausbildungsverlust, ich kenne die immer nur als AVT. Und die haben also auch einen Mitarbeiter vor Ort, der das macht und die haben halt auch am Anfang geguckt, wie macht man sowas eigentlich gut und richtig? Und haben die Idee verworfen, dass man so eine Modellklasse mal macht, wo man am Ende 16, sage ich mal, Azubis hat, die ganz toll eine Ausbildung haben und dann gut gefragt sind. Und haben umgestellt auf wirklich das System und die Ausbilder, also die Ausbilder zu fördern, dass die mehr, also dass die pädagogisch besser geschult werden und uns selber mehr können, damit sie das an die Azubis weitergeben. Und natürlich sozusagen Werbung für das Ausbildungssystem, weil Ausbildung ist ja so auf Sansibar auch nur gering präsent. Also es gab da vorher schon eine zuständige Ausbildungs-Authority, also Behörde, die das macht. Aber das hat einen relativ kleinen Anteil und es ist immer wieder eine Frage, wenn dann da Projekte entstehen, wer setzt sie denn dort um? Ja, leider nicht die Sansibaris, weil oftmals auch die Qualifikation fehlt. Also auch gerade alles, was jetzt mit Tourismus zu tun hat, Hotel-Gaststätten-Gewerbe, tut man sich schwer. Es werden viele Arbeitskräfte vom Festland geholt, teilweise auch aus anderen Ländern. Also es ist immer wichtig, die Menschen mitzunehmen. Ja, es hilft nichts, nur Projekte zu machen. Ich habe vor zwei Tagen ein tolles Video gesehen, wie der Hafen ausgebaut werden soll, was da alles entstehen soll. Ich dachte, okay, wo kommen jetzt aber die Leute her, die das machen? Also für uns ist ganz wichtig eben zu gucken auf die Menschen. Wie können wir die Menschen mitnehmen? Wie können wir helfen, dass man dort auch von den ganzen Jugendlichen sprechen? Da muss ja eine Perspektive geboten werden. Ja, ich bin immer ganz traurig, wenn ich die in den Schulen sehe. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, weil das ist schon wieder eine halb verlorene Generation, weil die Schulbildung eigentlich nicht ausreicht, um dann hinterher was vernünftig machen zu können. Und da wäre mir am allerliebsten, wir könnten da noch mehr tun. Und weil die Köpfe, die Menschen oder heute sagt man Human Resources sind eigentlich das Wichtigste. Und ja, ich hoffe eigentlich, wir können in Zukunft noch mehr tun. Ich freue mich über jedes kleine Projekt, was wir anstoßen können, aber richtig zufrieden bin ich noch nicht. Also wäre möglicherweise ein Schüleraustausch für Sie schon mal ein Anfang? Also ich finde auch Schüleraustausche gut. Die müssen das, die müssen also in beiden Richtungen, in beiden Richtungen, was ja nicht so ganz einfach ist. Nur über Erleben lernt man da auch mal was. Das kann man mit Videos und so weiter nicht transportieren. Also das ist ja schon, Sie können auch dreimal sagen, dass hier ein anderes Klima herrscht. Wir haben hier schon aus dem Umfeld der Stadtverwaltung, sagen Sie mal, Leute anreisen sehen. Da muss dann erstmal noch was kaufen gegangen werden, weil es war halt gerade nicht Sommer. Und ach ja, ich müsste eine Jacke anziehen. Ja, also das sind schon die einfachen Sachen. Das lernt man nur durch Austausch. Das kann man nicht, indem sich einer vorne hinstellt und referiert. Und insofern ist Austausch sehr wichtig und mehr Schüleraustausch in beiden Richtungen wäre sehr wünschenswert. Aber es ist eben, als meine finanzielle Frage, aber auch organisatorisch, der Aufwand ist groß. Da kann vielleicht Frau Hesse was zu sagen, noch viel besser als ich. Sagen Sie, Frau Hesse. Ich hörte von einem OSZE hier in Potsdam, das mal sansibarische Schüler aufgenommen hat. Und der Haupteffekt war anscheinend, was berichtet wurde, dass die Jugendlichen aus Afrika beobachtet haben, wie unglaublich motiviert unsere Schülerinnen und Schüler für Schule und Ausbildung sind. Was uns vielleicht nicht immer so vorkommt. Aber die Tatsache, dass sie gesehen haben, die wollen was lernen und die wollen hier vorankommen, das hat sie motiviert. Und man muss sich dann klar machen, jeder einzelne Austausch wird eine Biografie verändern. Und das halte ich für ganz wichtig. Und Ihre Idee mit dem Sansibar-Regal, wo man hier dann entsprechend einkaufen könnte, finde ich sehr gut. Wir haben auch viel über Recycling gesprochen, aber zum Beispiel nicht über den Begriff des Upcycling. Was eben so eine Sache wäre, die man wirklich praktisch machen kann. Und da kann man mit der Fantasie, die ja doch jede und jeder hat, unter Umständen sich dann doch auch noch einiges einfallen lassen. Gerade in diesem Plastikbereich. Und ich wollte da vielleicht noch, wenn ich darf, zwei Initiativen erwähnen, die ich nicht persönlich kenne, aber auf die ich im Internet gestoßen bin. Da gibt es eine Initiative namens Chaco, das heißt auf Swahili ihr. Und die kümmert sich eben mit um dieses Müllproblem und versucht eben auch benachteiligte Frauen und Jugendliche da zu animieren, am Upcycling zu arbeiten. Und eine deutsch klingende Initiative namens Ozeankind, die animiert hat zum Einsammeln dieser Plastikflaschen. Und dann Sortenreihen entsprechend gegen Vergütung sie abzugeben. Und ich glaube, dann eben auch, Sie sagten auch Partizipation, den Schulen zu ermöglichen, dieses Geld, was sie dann eingenommen haben, selber zu entscheiden, wofür sie es ausgeben wollen. Also ich glaube, wir brauchen einen langen Atem und wir müssen es immer wieder versuchen und in die Köpfe investieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Langer Atem ist ein schönes Stichwort. Herr Prüfer, nun wissen wir ja alle aus unseren Klimaforschungsinstituten, alleine schon denen hier in Potsdam, dass gar nicht mehr so viel Zeit sein würde, um den sogenannten Kipppunkt zu verhindern. Ist das den Menschen, beispielsweise in Sansibar, an diesem Beispiel haben wir uns heute festgebissen, ist das diesen Menschen auch bewusst? Auf der Insel, wo der Meeresspiegel steigt, wird man da gleich in einen Handlungsstrudel gerissen? Oder ist das alles weit weg? Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also mit dem Bewusstsein auf Sansibar, ich glaube, das stellt sich genauso differenziert dar, wie das in Deutschland, also in Potsdam auch der Fall ist. Was aber das Entscheidende ist, ist nicht, ob die die neuesten Forschungsergebnisse kennen, sondern die merken einfach, in ihrer Stadt, in dem Hauptplatz, dieser Nazi-Morja, das ist also, muss man sich vorstellen, Platz der Einheit, Luisenplatz und noch ein, zwei größere Plätze, Potsdams zusammengenommen, also da findet unglaublich viel gesellschaftliches Leben statt, halt auch Fußballspiele, Treffen, Kulturveranstaltungen etc., da drückt es das Grundwasser rein. Der ist dann nicht mehr als Meereswasser, also als eine Folge des Klimawandels, der ist dann einfach nicht mehr nutzbar, wie er das so für über hunderte Jahre hinweg passiert ist. Kein Süßwasser mehr. Also da ist sozusagen, also ist das völlig irrelevant, welche Daten irgendwo in Europa oder in den USA sozusagen erhoben werden und wie die internationale Klimapolitik ist, sondern da braucht es eine Lösung für dieses Problem. Das ist natürlich jetzt sozusagen erstmal eine lokale und kurzfristige Lösung. Ich denke auch, also viele Sansibaris wissen aber trotzdem diese Zusammenhänge auch und solche Partnerschaften, wie wir sie haben, Klimapartnerschaft, Städtepartnerschaft, Schulpartnerschaften, die da eingebunden sind, die helfen auch dieses Bewusstsein sowohl in Sansibar dafür zu stärken, aber auch hier. Und diese gegenseitigen Lernprozesse, das wird glaube ich in unserer Diskussionsrunde auch hier sehr deutlich, sind total wichtig. Ja, weil eben diese, wir kommen immer wieder auf diese Punkte, nicht nur, dass wir ein Klima haben, also auch andere ökologische Probleme sind eben auch so globalisiert. Wir haben über das Wasser gesprochen, wir haben jetzt über die Abfälle, Plastik nochmal gesprochen. Also das sind inzwischen globale Probleme und es gibt zahlreiche sozusagen Querverbindungen zwischen denen. Das macht es ja auch so schwierig, also abgestimmte Strategien zu entwickeln, aber eben auch nochmal genau zu sagen, wo sind denn die Kipppunkte? Der Klimakipppunkt ist ja nur einer. Also die Wissenschaft geht momentan von außen, es gibt mindestens zehn solche Kipppunkte im ökologischen System der Erde und es reicht eigentlich, wenn eines kippt, dass sozusagen dieser Dominoeffekt dann eintritt und das dann reihum geht. Ich glaube, momentan kann niemand seriös sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen nur, es wird immer, immer weniger und je später wir handeln und das heißt also fundamental massiv handeln, desto schwieriger wird das natürlich auch sozusagen geplante Lösungsstrategien zu entwickeln. Völlig klar, wenn man dann nur noch ein Krisenszenario hat, ein Katastrophenszenario, dann hat man nicht mehr so viele Chancen. Umso wichtiger ist es ja, dass sich auch die Weltgemeinschaft sozusagen anhand der 17 SDGs schon mal auf so eine Strategie geeinigt hat, dass es aber eben auch auf der Ebene der Kommunen da so gemeinsame Handlungsoptionen gibt. Die Bundesregierung unterstützt das auch, also in der nächsten Woche wird dazu, also die 15. Da kommen wir gleich noch drauf. Ja, Bundeskonferenz stattfinden, können wir nochmal sozusagen dann auch nochmal näher beleuchten. Wichtig ist wirklich, also jetzt ins Handeln zu kommen. Wenn wir ins Handeln kommen, dann ist ja Deutschland eigentlich schon in der Nennung weit vorne dabei, denn ausgerechnet für den nachhaltigen Konsum hat ja Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, die Rechenschaftspflicht übernommen gegenüber der, ganz kurz gesagt, speziellen Arbeitsgruppe bei den Vereinten Nationen. Also die Sache mit dem nachhaltigen Konsum soll über Deutschland berichtet werden. Und da habe ich mich gefragt, das Umwelt, nein, das frühere Entwicklungshilfeministerium, das jetzt Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in diesem Bereich heißt, oder Gerd Müller hat unter großen Schmerzen, beispielsweise für die Bekleidungsindustrie, die da in diesem ganzen Konglomerat auch eine unselige Rolle spielt, was Wichtiges zustande gebracht, nämlich den grünen Knopf, der die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen teilweise auch an die Händler delegiert. Ganz lange komplizierte Sache. Also die Händler sollen darauf achten, dass ihre Waren ordentlich produziert wären. Wäre sowas auch in anderen Wirtschaftsbereichen denkbar? Und könnte man auch da den nachhaltigen Konsum mit einbauen? Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, weil hier an der Stelle sozusagen die Konfliktlinie zwischen wirtschaftlichen, also kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen, ich sage auch nochmal dazu, Profitinteressen entgegensteht, also diesen nachhaltigen Lösungsansätzen. Das für andere Bereiche als der Textilindustrie mit diesem grünen Knopf, für die sich in der Tat der Bundesminister Müller sehr stark gemacht hat, ist das bereits auch stark in der Verhandlung. Die Textilbranche stand da so ein bisschen im Fokus in den letzten Jahren. Wir erinnern uns an diese schrecklichen Unfälle in Bangladesch oder in Pakistan oder in anderen Ländern gab es das auch. Also wo diese Klamotten, die, ich sage bewusst Klamotten, die für einen Schleuderpreis hier auf den Markt kommen, zu Bedingungen produziert werden, da kann es einen nur noch gruseln. Und das sind wieder dann auch die Frauen hauptsächlich, die das produzieren müssen und dann halt auch mit sozialen und gesundheitlichen Folgen. Und das hat da auch dazu geführt, dass diese Kampagne auch im Textilbereich etwas mehr ins Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Was momentan auch in der Verhandlung ist, also auch im Bundeskabinett, in der Bundesregierung, Medien haben berichtet, ist dieses Lieferkettengesetz, was sich also explizit auch nochmal auf andere Wirtschaftsbereiche bezieht. Und da ist es natürlich interessant mal zu sehen, also wer treibt das voran und wer bremst dann auch ab dieser Stelle. Weil natürlich, wenn ein Unternehmen in die Verantwortung gehen muss für die Produktionsbedingungen in Bangladesch, in Türkei oder in Mali oder sonst wo, dann wird es schon knifflig. Dann muss man auch da investieren in Standards, muss unter Umständen höhere Löhne zahlen, muss andere sozusagen Arbeitssicherheit gewährleisten. Jemanden, der es überwacht, bezahlen. Ja, das genau. Und das sind natürlich aus der betriebswirtschaftlichen Sicht der Konzerne, sind das Kosten. Und die wollen sie natürlich vermeiden. Dass es relativ kleine Kosten sind, ist nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, es braucht gar nicht so sehr viel und würde also den meisten Wirtschaftsunternehmen nicht wirklich wehtun, dort also zu besseren sozialen und ökologischen Standards produzieren zu lassen. Aber ich sehe sie auch in der Verantwortung dafür, also sich darum zu kümmern. Es wird natürlich auch unterschiedliche Lösungsansätze geben, je nach Branche auch. Interessanterweise haben wir auch in Brandenburg seit April, glaube ich, ein neues Vergabegesetz, also was die Vergabe der öffentlichen Hand, also Land und Kommunen sozusagen betrifft. Und dort ist es dann wieder erstmalig gelungen, also eine Forderung aufzumachen, dass bei den Ausschreibungen, die also eine Kommune oder das Land tun muss, wenn es neue Computer kauft, Papier, Dienstkleidung ist sozusagen, so eine wichtige Frage für die Beschaffung der öffentlichen Hand, dass man da halt eben soziale und ökologische Kriterien festlegt, an die sich Lieferanten und dann letztlich auch Produzenten halten müssen. Und das ist eine Riesenmarktmacht. Ich glaube, in der Bundesrepublik kauft die öffentliche Hand circa für 200 Milliarden Euro ein. Also damit kann man schon was machen. Damit könnte man viel machen. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Bekleidungsindustrie zurückgehen. Da kenne ich ganz viele Hersteller, weil ich lange über die Modemessen gelaufen bin, auch über die, der sogenannten Fair Fashion. Und die machen, die verarbeiten wunderbare Sachen, können sich aber das Berichtsheft quasi nicht leisten, dass sie so labeln würde, wie sie labeln könnten, wenn sie Brief und Siegel darauf hätten. Jetzt sind wir schon nahezu beim Abschluss. Herr Kindlberger, wenn Sie da an der Schraube drehen könnten und sagen, ich will jetzt mal, dass Sansibar dieses Projekt übernimmt, denn das ist mir ein gutes Beispiel und wäre das nächste Zwischenziel für mich. Was würden Sie sagen, was würden Sie als nächstes in Sansibar voranbringen wollen? Boah. Das ist nicht so einfach. Neue Schule? Also ich sage mal so, das ging mir auch als erstes durch den Kopf. Tatsächlich hat man in Sansibars Stadt in den letzten drei Jahren mehrere neue Schulgebäude gebaut, die jetzt tatsächlich auch in Benutzung gekommen sind. Das hat irgendwie noch einen Moment gedauert. Ich weiß nicht, warum. Also natürlich wünscht man den Schülern ordentliche Lernbedingungen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wobei ich würde natürlich, also Schulgebäude sind wichtig, die Lehrerausbildung ist mindestens genauso wichtig. Ja, qualifizierte Lehrer, die auch mehr Methodik mitbringen, als sozusagen den, also ich meine, wahrscheinlich hat man mit 70 Schülern auch nicht so viele Varianten, als dass die im Chor dann immer irgendwelche Antworten brüllen. Was so, ja, leider ist es, ist das so eine typische Lernmethode immer noch und das erschreckt einen. Nein, das ist schon wichtig. Aber wenn wir auch auf das Thema Umwelt und Müll wieder zurückkommen, also ich würde mir zum einen wünschen, es gibt ja zurzeit viele Initiativen vor Ort, dass die auch die Unterstützung ihrer Stadt und auch der Landesregierung erhalten, dass man da dran bleibt, dass man noch viel mehr Aufklärungsarbeit leistet und Sanzibar hat ja viel Tourismus auch. Also es kommt ja, auch dieser Anstieg von Müll hat ja nicht nur damit zu tun, dass da mehr Leute wohnen, sondern es hängt damit zusammen, dass erstens mehr auch Verpackungsmüll ins Land kommt durch die vielen Importe und natürlich die Touristen bringen das mit und wenn ich sage, soll die Plastiflasche nicht ins Wasser schmeißen, dann ist das genauso der Tourist wie der Einheimische. Dann nehmen Sie doch nächstes Mal einfach unseren Potspresso-Becher mit und sagen, übrigens kenne ich da ein super System, müsste man nur verbreiten über der Insel und hätte schon sehr viele Einwegbecher gespart. Ist eine super Idee. Also ich weiß nicht, wie das dann Sanzpresso heißt, müssen wir mal drüber nachdenken. Hält uns was ein. Geht irgendwie schon. Tatsächlich, ja, Einwegbecher ist noch gar nicht so schlimm dort, aber wo ich gerade auch beim Tourismus noch mal hinaus wollte, dass man vielleicht es schafft, dass das, was man hier auch falsch gemacht hat, gar nicht erst so groß ausgebaut wird dort. Ja, und natürlich auch, ich glaube schon, dass auch viele Touristen, die nach Sanzibar fahren, mit einem ökologischen Ansatz in Hotels gut leben können. Ich fürchte aber, dass Hotels auch sozusagen dann die Standards rüberbringen, dass dann wieder jeder Tropfen Kaffeesahne in einem extra Plasteteilchen sein muss, jeder Zucker ein bisschen in seiner Tüte und auch die Einwegbecher, um dabei zu bleiben, dass man dieses ganze System vielleicht gar nicht erst so hundertprozentig da hinbringt, damit man es dann wieder abbaut, sondern dass man von vornherein da noch mehr versucht, von Anfang an positive Ansätze zu finden. Und da können wir auch über den Sanzpresso noch mal nachdenken. Das tun wir dann. Frau Hessel, was nehmen Sie denn nächstes Mal mit nach Sanzibar? Was wäre denn Ihr Wunsch? Sie haben doch schon über Solarpaneele geredet. Haben Sie die schon? Nein, wir haben die noch nicht. Mir ist Partizipation immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht hauptsächlich etwas mitnehmen, weil ich finde, mit meinem Blickwinkel, das ist jetzt gut für euch, sondern ich würde versuchen, in einen Austausch vorher zu kommen. Was braucht ihr denn? Und dann versuchen, das zusammenzusuchen. Also Partizipation, statt von Europa aus zu dekretieren, halte ich für ganz, ganz wichtig. Und zwar auch mit Kindern und Jugendlichen. Da sind wir wieder bei Ihnen, Herr Prüfer. Das war ja das Erste, was Sie gerufen haben. Es ist ja überhaupt gar kein Gefälle zu denken, das zu irgendwas führt. Wenn Sie also jetzt auf die am 14. Juni beginnende Konferenz gehen würden, was würden Sie den Teilnehmern zurufen? Wie heißt die nochmal genau? Ja, das ist die 15. Bundeskonferenz, sozusagen Kommunen in der einen Welt. Also die haben dann alle Schlagworte, global, nachhaltig, fair, natürlich auf dem Tableau. Und das wird organisiert von der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, die im Auftrag der Bundesregierung sozusagen Kommunen in Deutschland berät, unterstützt auch zu solchen kommunalen Partnerschaften, Klimapartnerschaften und so weiter. Also da sind schon sehr viele Leute mit guter Motivation, mit sehr vielen Erfahrungen da, die sich dann eben auch austauschen. Ich glaube, denen brauche ich selber gar nicht so viel zurufen. Was wir noch brauchen ist, dass diese guten Beispiele noch mehr popularisiert werden. Also dass sich noch mehr Städte und Gemeinden dem anschließen. Dafür sitzen wir ja auch mit hier in dieser Sendung und hoffen, dass das von vielen gesehen wird. Weil es ist in Brandenburg, im Land Brandenburg noch so, also sehr ausbaufähig. Also es gibt relativ wenige dieser Partnerschaften mit Städten im globalen Süden. Die kann man an zwei Händen abzählen. Tolle Sachen dabei. Und wir, also diese Servicestelle hat eben auch vor kurzem ein Programm gestartet, global nachhaltige Kommune in Brandenburg. Das sind fünf Kommunen, die sich daran beteiligen. Welche? Das sind zwei Landkreise, Elbe-Elster und Teltow-Fleming. Dann ist es die Stadt Cottbus. Es ist Barut in der Mark. Und es ist, vergessen, die fünfte. Nut-Nut-Urstrom-Tal, die Gemeinde. Also das passiert schon im Land Brandenburg, könnte aber natürlich noch weiter in die Breite gehen. Und auch das, was Potsdam, sagen wir mal, relativ vorbildlich mit der Klimapartnerschaft und mit der Städtepartnerschaft aufgebaut hat, glaube ich, ist es wert, dass man dann auch mit weiteren BürgermeisterInnen und Stadtvertretern ins Gespräch kommt, dass sie sich noch mehr auf den Weg machen. Es lohnt sich. Es ist eine unglaubliche Erfahrungsreise. auch, also nicht nur sozusagen andere kennenzulernen, sondern auch das, was selber mit einem passiert, was in den Städten passiert. Also ich bin da eben auch mit etlichen der Stadt-Oberhäupter im Gespräch und die sagen alle, natürlich gibt es auch ein paar Probleme, gibt es auch Schwierigkeiten, das ist kein einfaches Metier, aber sie haben alle davon richtig viel gewonnen und auch viel über sich und ihre Bürgerinnen und Bürger erfahren. Wenn das die Gemeinden dann immer mittragen, das kommt dann letztlich auch einem Stadtoberhaupt mit zugute. Macht auch unsere Städte irgendwie lebenswerter. So finde ich. Man sieht sich immer gespiegelt im Auge der anderen am besten. Also ich danke Ihnen, ein besseres Schlusswort hätte ich mir gar nicht ausdenken können, auch wenn ich noch eine Nacht lang gegrübelt hätte. Herr Prüfer, besten Dank für Ihr Engagement, Herr Kindlberger und Ihnen, Frau Hesse, wünsche ich viel Erfolg dabei beim Sammeln des letzten Geldes. Wie viel fehlt denn noch für die Solarpanele? Wissen Sie das? Das weiß ich nicht, aber Geld können wir immer gebrauchen. Alles klar. Sie wissen Bescheid und Sie finden den ganzen Film auf der Seite der Stadt Potsdam, dort unter Klimapreis 2020. Das war im vergangenen Jahr. Und vielleicht können in diesem Jahr schon die letzten Dollar, sagte der Schüler im Film, für die nächsten Solarpanele zusammengesucht werden. Ach so, und falls Sie jemanden suchen, der eine Handelspartnerschaft nach Sansibar vermittelt, ich bin sicher, Herr Kindlberger, stünde bereit. Und ansonsten lege ich Ihnen noch mal Herrn Prüfer ans Herz, der Sie überall hin vernetzwerken kann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bleiben Sie uns erhalten. Schauen Sie auch nächste Woche am Mittwoch ab 18 Uhr wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Einen schönen Abend. Und dann können Sie das erste Mal hin. Und dann können Sie das erste Mal hin. Schauen Sie uns auf die Mitte. Und dann können Sie das erste Mal hin.